Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute senden wir Ihnen alle 24 Stunden die neuesten Nachrichten. Klicke auf den Like-Button und abonniere den Kanal, um keine Neuigkeiten zu verpacken. Bitte werfen Sie einen Blick auf den heutigen Inhalt. Helene und ihr Thomas Hochzeit noch vor dem Baby Strahlend schön, Popkönigin Helene Fischer ist nach Bildinfos im siebten Monat schwang. Durch ihre Schwangerschaft wird sie noch schöner. Popkönigin Helene Fischer, 37, strahlt derzeit von innen wie noch nie. Sie ist einfach nur glücklich. Was jeder sehen kann. So wie Mitarbeiter der Berliner Film- und Fernsehstudios Adersow. Dort wurde jetzt die Jubiläumsfolge der ARD-Schuhlein gegen Groß das unglaubliche Duell, am 16. Oktober moderiert von Kai Pflaume, aufgezeichnet. Mit im Studio dabei eine strahlende, gut gelaunte Helene. Helenes Traum wird wahr, seit Jahren wünscht sie sich schon ein Kind. Die Schwangerschaft ist nun nicht mehr zu übersehen. Helene sei im siebten Monat, erfährt Bild. Das Wunschkind wird vor Anfang Januar erwartet. Nun spekulieren die Fans über eine andere Frage. Werden Helene und ihr Lebensgefährte Thomas Seidel, 36, vor oder nach der Geburt heiraten? Dass die Hochzeit stattfinden wird, ist sicher, sagt ihr um Feld. Macht Helene zum Mutter und seinen Vater Günther, L., zum glücklichen Opa. Thomas Seidel ist seit 2018 mit der Sängerin zusammen. Helene ist katholisch, hat ihre russischen Wurzeln tief erinnerlicht. Ihre Eltern, denen sie extrem nahe steht, sind seit über 40 Jahren zusammen, lieben ihren Töchtern und Enkeln ein harmonisches Miteinander vor. Auch Thomas Seidel stammt aus bodenständigen Verhältnissen. Beide sind absolute Familienmenschen. Das Paar ist seit 2018 glücklich verliebt, ihr Traumhaus am Amadee in Oberbayern ist fertig. Auch beruflich läuft es rund für Deutschlands erfolgreichste Sängerin, 16 Millionen verkaufte Alben am Freitag erscheint ihr neues Album Rausch. Vorher soll noch die neue Show aufgezeichnet werden, die Helene mit Stefan Rack, Sat.1, plant. Helene ist derzeit einfach im Liebes- und Babyrausch. Hinterlassen Sie unten einen Bewertungskommentar, damit wir die neuesten Nachrichten mit Ihnen teilen können. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.